Ist das nicht der mit den coolen Fotos? Komm. Ich glaube, sein Name ist Evan. Hey Evan, mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You have to answer a simple question. Who photographed the famous fallen soldier? Ähm, ich glaube McCurry. Äh, Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the following soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Scheiß drauf. Ich möchte... Evan's portfolio always looks so uber pro. Hey Evan, mind if I check out your... Let's see if you're worthy of it. So, ähm, komm. Robert. Robert Kappa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Reached. These photos are great. And Rachel Ambers face is mesmerizing. Ja. Schön. So. Dormitries sind, glaube ich, Schlafseele. Ich hoffe mal. Denn ich sollte ja... ...den Flashstick holen, ne? Ich muss mich aus meiner Zimmer und zurückkehren, Warren's Flashdrive. Ja. Hier. Oder hier rein. Da gehe ich nicht hin. Was ist mit Kate? Hallo Kate. Hallo Das Bin. Kate. Gut, ich glaube ich muss hier rein. Was ist mit der Prozessor? Du kannst gar nicht sagen. Ich glaube, du hast deine Meds gespielt. Als du alle Antworten wissen willst, ich glaube, du musst noch eine andere Richtung nach dem Dorm. Wir sind nicht mehr. Oh, warte. Hold' die Pose. So original. Keine Worte, Max. Ich werde ein Vintage Fulton auf den Weg, direkt bevor ich poste es, all over social medias. Jetzt, warum nicht du f**k dir Selfie? Oh, ja, Victoria. Ich werde deine Boney-Aß aus meiner Weg. Oh, ja. Ich will nicht mit der Latter und Hörpfe, Samuel. Ich will nur die Vizepräsidentin der Hölle aus der Weg. Ich könnte das Sprinkler auf und geben Victoria und ihr Clones die Incentive zu beat es. Oh, nee. Schade, hier kann man nichts machen. Samuel. There goes Samuel Da Vinci to paint the window. Okay. Oh, eine kleine Taube. Make art, not war. War, war, war. Okay. Gut. Was kann ich denn hier machen? Waterpump. Locken. So, ich muss das machen. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. Wait, I can't even chill on the steps. Ja, nochmal tuten kann ich das leider nicht. So, do you understand English? Get lost. Okay. Hmm. Nice. Nice. Na? Dann versuchen wir es mal jetzt. Ja, ist klar. Hey! So... So... I can't grab that. Samuel is way too close. So... Okay, let's see if this works. Natürlich. Und zwar... Jus? What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Sweet. Oh, hoo-hoo. No way! No fucking way! You okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. W-wet pain is not good for hair, no? Sorry. Get the hell away from me, weirdo! Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked! Don't mess with Max, bitches. Ja. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, do you have to go with her? Hey, Victoria. What do you want, Max? Natürlich. Don't. Don't say a word, Max. No, wait. Hold that pose. And no filter media before I post this. Now, please move. I've had a messed up day, and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Maybe I shouldn't have done that. Doch. Natürlich. It's so foolish. No way in hell am I ever going in here. Victoria is going to be pissed for he took so long. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. As if. No boys. That's when... Yeah. Juliette, extreme reporter. Okay. Stumping bitte. Dana ist noch ein Cheerleader. Look. Alert on campus. Always. Ja, 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 ja. Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Thanks for the warning. Okay. Die Duschen sind gerade wahrscheinlich kaputt. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. At least that's an alarm from this century. Okay, was haben wir denn hier noch so? Okay, this is just mean and stupid. Yeah. Oh, Victoria. Give me a fucking break. Be the change you wish to see. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Doch. Come. Max. Home sweet home. My favorite cocoon. Oh. Sieht doch gar nicht mal so schlimm aus. Also. Oh. Mama hat geschrieben. Äh. Saying. Tell them. Say. Gut. Lie down. Ey, das wär doch so geil wenn man schlafen würde. It feels so damn bizarre and feels like he's gone on forever. Komm, ich bin ein bisschen mitgekommen. Geil, wenn man schlafen könnte und dann halt... ...wieder aufstehen könnte und die Zeit zurückdrehen. Einfach aufstehen. So. Close. Oh, ja. Ihr Geburtstag ist wohl nicht so der beste gewesen. Instant Film ist so damn hard to find and expensive now. But I can't help it. I'm analog, not digital. Oh, ja. Komm, gib mir der. Du bist furchtig. Ich bin die schlimmste Babymama. Drink auf. Ein Tag werde ich meine Filmmkollektion organisieren. Ein Tag werde ich ein echtes HDTV bekommen. Sieht sich, Dana hat mir eine kleine Post-it-Note gelegt. Okay. Was haben wir denn im Laptop? Hm? Oh, das kann sein. Warte mal. Das ist doch hier der... ...der Screenshot, der gerade aus... ...und von Victoria gemacht wurde. Kamera-Porn. Das ist super. Florian macht mich lachen. Es ist schön, dass ich hier schon einen realen Freund gemacht habe. Äh... ...flashtrive. Ja. So, gut. Fotoalbum. Was haben wir denn hier noch? Philipp Lorca de Corsha? Mein Mann. Ich glaube nicht, dass ich meine Kamera aus diesen Platz nehmen könnte. Schau an diesen Bild. Ich liebe Julia Cameron's Victorian-Vibe. Wir sprechen über Analog-Kameras. Ah, Dolly. Was ein fantastisches Augen. Er könnte wirklich Zeit freien. So. Gut. Wir müssen zurück und... ...lief.